Hallo und herzlich Willkommen Richtig Elmas kleines Filmstudio Heute mal mehr in Sachen Slot Classics unterwegs Denn, wir haben ja schon gesehen Viele haben ihre alten Bilder jetzt über Ostern rausgekramt Und da habe ich mir gesagt Mal eine kleine Bahn auf die Platte bauen Diesmal keine Sprint Sondern was ich nochmal an Uni teilen Auf diese kleine Platte gekriegt habe Und, wie ihr seht Ein Uni Ein Sprint Und ein Fly Das möchte ich euch natürlich gar nicht vorenthalten Wie die Fahrzeuge fahren Ich habe die Schiene natürlich umgebaut Dass ich auch, bitteschön, mal eben Zwei Leiter fahren kann Okay, dann wollen wir mal sehen Und was ist ein Uni ohne Wände? Kein Uni Aber auch nach dem Umbau fahren wir die kleinen Sprinter drauf Aber natürlich auch Präparierte Normale Zwei Leiter Und ich denke mal Bei den drei Metern sieht man schon Wo der Unterschied zwischen Alten Und nur in Slot Classics Der liegt schon wesentlich besser Also Viel Spaß Dann werden wir im Urlaub fahren Und bis dann Ciao